Die deutsche Nationalmannschaft wurde letztendlich erster in ihrer Gruppe bei der Heime-EM, allerdings war das letzte Spiel gegen die Schweiz mit dem späten Ausgleichstreffer nicht ganz so überzeugend und warum das der Fall war, zeige ich euch in diesem Video. Schauen wir zunächst einmal auf Deutschland im Ballbesitz, so sollte die Herangehensweise mittlerweile eigentlich bekannt sein, mit Groß, der abkippt in den Dreieraufbau, mit den Außenverteidigern in der Breite. Falls nicht, schaut ihr auch gerne nochmal die vorherigen Analysen an. Jetzt geht es vor allem darum, was die Schweiz gemacht hat, damit das Ganze nicht ganz so effektiv war und zwar haben sie jetzt eher auf ein 5-3-2 umgestellt, je nachdem sogar ein 5-4-1 und entscheidend war dabei Prel Embolo, der als Stürmer agiert hat, meistens aber gegen den Ball bei Toni Groß platziert war, also Groß halblings zugestellt hat und dann von ihm aus den zentralen Innenverteidiger angelaufen hat, aber weiterhin mit dem Deckungsschatten Groß zugestellt hat, sodass dieser so wenig wie möglich ins Spiel eingebunden werden konnte. Das Ganze wird aber auch noch in den folgenden Szenen besser ersichtlich. Wir sehen jetzt, die Deutschen haben da relativ schnell darauf reagiert, dann war es häufig Groß oder auch Robert Andrich, der sich zentral fallen ließ zwischen die beiden Innenverteidiger, sodass du es halt so hattest, dass Jonathan Tarr zugestellt wurde von Embolo, der aber ohnehin nicht der beste Aufbauspieler ist, zumindest im Vergleich zu einem Toni Groß und dann hattest du eher einen spielstärkeren Spieler in der Zentrale, der das Spiel dann besser aufbauen konnte. Andrich wie in dem Beispiel ist jetzt auch nicht der allerbeste, aber besser wie Tarr und meistens war es dann eben Groß nur in dem Beispiel nicht, aber hier sieht man es ganz gut, Embolo, der vom halblinken Spieler auf den zentralen anläuft. Außerdem hat es die Schweiz dann so gemacht, dass sie im Zentrum, im Mittelfeld drei oder sogar vier Spieler hatten, mit Ndoi links, der war immer so ein Hybrid-Spieler, ist, wenn Rüdiger den Ball bekommen hat, vorgeschoben, aber du wolltest hier halt vor allem die Passwege im Zentrum schließen, dass die Spieler von hinten die vorderen vier nicht zwischen den Linien finden konnten und das ist in der ersten Halbzeit auf jeden Fall ziemlich gut gelungen. Mit Groß in der zentralen Rolle ist es dann ein bisschen besser gelungen, das sehen wir hier, hier findet er Musiala, aber auch hier ist direkt ein Schweizer dran mit Xhaka, der dann Druck ausübt und generell die Schweiz mit einem guten Mittelfeldpressing, zwar zunächst nicht ganz so alt gepresst vorne, aber sobald die Pässe gespielt wurden auf die Mittelfeld- oder Offensivspieler von Deutschland, dann sind sie eben draufgegangen, waren da enger Mann und standen ihnen extrem auf den Füßen und deshalb, wenn wir jetzt mal auf die Zahlen schauen, hatte Deutschland einen geringen Field-Tilt von nur 68,8%. Okay, das ist eigentlich viel, das ist eine Statistik, die anzeigt, wie gefährlich der Ballbesitz war, also wie hoch man den Ball hatte, ob das jetzt relativ viel im gegnerischen Drittel war und man um deren 16 herumgespielt hat oder eher nur tiefen Ballbesitz hatte und 68% ist auf jeden Fall nicht wenig, aber man hatte gegen Schottland 90%, gegen Ungarn 80%, also das ist auf jeden Fall deutlich geringer und zeigt, dass die Schweizer es geschafft haben, die Deutschen so gut wie möglich von deren Tor wegzuhalten, das ist natürlich nicht immer gelungen, aber gerade, wenn wir auch mal auf diese Szene schauen, da ist die Schweiz mal etwas tiefer, nicht mehr im Mittelfeldpressing, sondern eher vor dem eigenen 16er, dennoch verteidigen sie es extrem gut in einem 5-4-1, wir sehen hier auch Mbolo gut, dass er eher auf der rechten Seite platziert ist, direkt bei Toni Groß, um den halt zuzustellen, die Passwege ins Zentrum sind geschlossen, alles spielt sich auf extrem engem Raum ab, weil die Deutschen halt die Breite auch nicht wirklich besetzen, sowohl Kimmich rechts als auch Mittelstädt links sind nicht ganz draußen, sondern orientieren sich ins Zentrum und das kann natürlich seine Vorteile haben, wenn du es mit diesen guten Einzelspielern, die Deutschland hat, auf engem Raum ausspielst, allerdings, wenn die Schweizer es auch gut verteidigen, enger Mann sind und den Deutschen immer auf den Füßen stehen, dann wird es da halt schwierig, zumal du hier auch relativ wenig die Tiefe attackieren konntest, da hattest du nicht unbedingt die Spieler dafür, weil auch der Raum begrenzt war und weil Toni Groß dann auch zugestellt wurde und du somit keinen wirklich hattest, der die Pässe spielen konnte und das spiegelt sich auch in den Zahlen wieder, wenn wir nur die erste Halbzeit betrachten, da sind es zwar 69% Ballbesitz für Deutschland, also klar Spielüberlegen, aber was die Expected Goals angeht, hatte man nur relativ wenig Chancen, ist dann eben auch mit einem Rückstand in die Pause gegangen und da schauen wir jetzt noch drauf, zunächst auf die Spielweise gegen den Ball und dann gleich noch auf das Gegentor, aber zunächst einmal gab es tatsächlich eine Umstellung gegen den Ball und zwar hat man, sobald die Schweiz den Ball hatte, Robert Andrich aus dem Zentrum 1 zurückgezogen und dann quasi als zentralen Innenverteidiger spielen lassen und eine Fünferkette gehabt, das sah dann meist wie folgt aus, ein 5-3-2, dann hattest du im Mittelfeldzentrum groß als Sechser und Musiala und Wirtz als Achter, finde ich ein bisschen schwierig gegen den Ball, ich glaube die Intention von Nagelsmann war damit, die Überladungen von der Schweiz zu verhindern, die ja mit Äbischer einen linken Schienenspieler haben, der immer wieder ins Zentrum einrückt und da hätte die Schweiz Deutschland dann überladen können, aber ich bin von der Umstellung auch im Nachhinein nicht ganz so überzeugt, denn so wirklich überladen wollte die Schweiz Deutschland gar nicht, da hat man meistens eher direkt vertikal gespielt, deshalb fand ich die Umstellung ein bisschen fragwürdig, auch weil man gegen den Ball nicht ganz so viel Druck drauf bekommen hat, wir sehen es jetzt zum Beispiel hier, die Schienenspieler haben jeweils die gegnerischen Schienenspieler attackiert, somit sind die dann rausgezogen, du hattest dann in der letzten Linie nur noch drei Mann und die haben dann Mann gegen Mann gegen die drei Offensiven der Schweizer verteidigt, was ich halt schon ein bisschen riskant finde, du kannst es aber machen, wenn du vorne auch Mann gegen Mann anläufst, aber das ist halt einfach nicht geschehen, du hast die Struktur dann beibehalten mit den drei im Mittelfeld, mit den zwei Anläufern vorne, die Schweizer waren im Aufbau, somit in der Überzahl war meistens ein 3-2 oder 4-2 Aufbau, dementsprechend konnten sie Havertz und Gündogan meist gut ausspielen, also das hat mir ehrlich gesagt nicht ganz so gut gefallen, ich wäre eher bei dem 4-4-2 gegen den Ball geblieben, mit dem man ja jetzt auch eingespielt war und hätte mich nicht unbedingt an den Gegner angepasst, gut, jetzt hat man es so gemacht, ist nicht ganz so gut aufgegangen, wir sehen auch hier, der PPDA-Wert war zwar relativ okay der Deutschen, also die Schweizer konnten nicht ganz so viele Pässe spielen, bevor die durch eine Defensivaktion der Deutschen unterbunden wurden, aber was hohe Ballgewinne angeht, Deutschland hatte nur zwei, also die Schweizer, wenn es gefährlich wurde, haben sie lang gespielt und dann halt eben auch vorne Optionen gehabt, weil Deutschland das relativ riskant verteidigt hat und vor allem die Schweiz mit sechs hohen Ballgewinnen, was extrem viel ist, so viel hatte weder Schottland noch Ungarn, also das zeigt auf jeden Fall, dass deren Plan im Mittelfeldpressing gut aufgegangen ist, die Deutschen haben natürlich auch nicht den besten Tag gehabt, groß einige Fehlpässe, so auch vor dem 1-0 der Schweiz, das wir jetzt anschauen, klar der kam zwar an, aber er hat Musiala auf jeden Fall in Bedrängnis gebracht, der verliert dann den Ball, die Schweizer spielen dann wie gesagt relativ schnell nach vorne, in dem Fall ist es so, wie gesagt ein Ballverlust, daher war Kimmich noch aufgerückt, eilt dann aber schnell nach hinten, macht es eigentlich auch gut, gewinnt den Ball, allerdings geht er relativ unglücklich zurück zu Rieder, wenn wir jetzt die restliche Defensive betrachten, so ist es Freuler, der links rauszieht und nicht von Rüdiger übernommen wird, der müsste da eigentlich mitgehen, wir sehen dann auch im Zentrum einen Deu der Torschütze nachher, startet rein ins Zentrum, Thar müsste den eigentlich auch problemlos aufnehmen, ich will an der Stelle aber auch nochmal Robert Andrich erwähnen, wir gehen jetzt einen Schritt weiter, hier hat dann Freuler außen den Ball, Andrich hat ja gegen den Ball eigentlich zentraler Innenverteidiger gespielt, hier war es zwar nach einem Ballverlust, dennoch hatte er auf jeden Fall die Zeit, wieder hinten in die Kette einzurücken, hat es aber dennoch nicht gemacht, klar man kann es trotzdem verteidigen mit Rüdiger und Thar, aber wenn du die ganze Zeit zwischen den Innenverteidigern spielst, dann hättest du es auch hier machen können, zumal ein Deu genau zwischen den beiden Innenverteidigern, zwischen Rüdiger und Thar einstartet, also das war genau der Bereich, in dem eigentlich Robert Andrich verteidigen sollte. Auch Neuer im Tor macht es nicht optimal, schiebt da raus, obwohl er es überhaupt nicht muss, ist natürlich kein Torwartfehler, aber er minimiert einfach seine Chancen, den Ball noch irgendwie zu halten, auch wenn die eigentlichen Fehler schon davor passiert sind. Gehen wir jetzt über zu der zweiten Halbzeit, so hat man sich jetzt Chancen herausgespielt, wurde allerdings nicht ganz zwingend, das waren zwar viele Abschlüsse, aber die meisten mit relativ wenig Expected Goals, also aus wenig aussichtsreichen Positionen. Ich möchte an der Stelle aber nochmal Florian Wirz ein bisschen verteidigen, denn der hat, wie ich finde, ein bisschen zu viel Kritik bekommen, hat zum Beispiel hier einen starken Pass auf Musiala gespielt, in die Tiefe mal, ist im Endeffekt nichts daraus entstanden, aber auch hier die, wie ich finde, größte Chance von Deutschland, hat Florian Wirz durch eine Einzelaktion kreiert, geht ins Dribbling, findet dann Kimmich im Zentrum, der Schuss wird geblockt und dann war es ja so, dass Bayer hier gehalten wurde. Guckt mal hier, der wird schon bevor Wirz den Ball spielt gehalten, für mich wirklich ein klarer Elfmeter, der wird hier ganz klar am Torschuss gehindert, wenn er nicht gehalten wird, kann er den auf jeden Fall aufs Tor schießen, also für mich eine klare Fehlentscheidung, aber machen wir weiter, der in Deutschland hat dann auf jeden Fall umgestellt, was mich ein bisschen überrascht hat, dass Gündogan dann wirklich eine Rolle weiter zurückgezogen wurde, auf die 6, dann war es hier eben Schlotterbeck, der auch reinkam, im Zentrum Groß und Gündogan davor, hätte ich so nicht unbedingt erwartet, hätte er gedacht, dass er dann vielleicht ausgewechselt wird, aber auf jeden Fall auch ein gutes Zeichen, dass man da so variabel ist, dass Gündogan auch mal eine Rolle tiefer spielen kann, ist auf jeden Fall, was die Spielstärke angeht, deutlich besser wie ein Emre Can, falls der jetzt gekommen wäre, daher auf jeden Fall eine gute Umstellung, du hattest dann auch offensiv, deutlich mehr Offensivpersonal, mit einem Bayer, mit Füllkrug, Havertz, der tatsächlich drauf blieb, und so erzielst du am Ende noch den Ausgleich, Flanke, David Raum, Kopfball, Füllkrug, manchmal muss es halt so nach einfachem Muster gehen, Flanke, Kopfball, Tor, mit Füllkrug hattest du dann auch den Abnehmer, die Schweizer muss man sagen, waren dann natürlich gegen Ende des Spiels auch platt, hatten deutlich weniger Ballbesitz, und konnten nicht mehr ganz so aktiv anlaufen, wenn du da dann einfach die Flanken reinschlägst auf Füllkrug, ist das natürlich effektiv, hast dann weniger die spielerische Lösung gesucht, aber genau das ist halt eben in einem Turnier dann auch gefragt, generell der Spielverlauf bringt glaube ich deutlich mehr, wie wenn man die Schweiz jetzt hier an die Wand gespielt hätte, denn im Turnierverlauf wird man auf jeden Fall mit Rückschlägen umgehen müssen, und dafür war das eine gute Probe, dennoch erwünsche ich mir im nächsten Spiel, gegen wen auch immer es dann gehen wird, nochmal eine Leistungssteigerung, bin da aber trotzdem positiv gestimmt, solche Spiele hast du halt einfach mal in einem Turnier, und vielleicht gibt es nochmal so ein Spiel, im Endeffekt zählt dann halt einfach, dass man das Spiel für sich entscheidet, ist jetzt hier nicht geschehen, aber dass man auf jeden Fall nicht verliert, und wenn du in einem Turnier nicht verlierst, hast du auf jeden Fall ganz gute Chancen, das Ganze zu gewinnen, aber gut, was sagt ihr zum Spiel, schreibt mir gerne eure Meinung, eure Einschätzung in die Kommentare, falls euch das Video gefallen hat, lasst mir wie immer gerne ein Like oder Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao! und dann bitte mich auf jeden Fall! Und dann bitte mich auf jeden Fall! Vielen Dank.